Lesson 141 Exercises 1. Ich mag das Auto der Frau. 2. Die Hunde der Frauen sind im Park. 3. Wir wollen ein Geschenk für den Vater der Frau kaufen, aber wir haben kein Geld. 4. Siehst du den Hund der Frau jede Woche? 5. Mein Sohn spricht mit der Tochter der Frau. 6. Wir mögen die Autos der Männer. 7. Mein Bruder will das Auto der Frau kaufen, aber er hat kein Geld. 8. Ich mag die Schwester der Frau, aber ich mag den Bruder der Frau nicht. 9. Wo ist das Futter? 9. Haben sie das Futter der Katze? 10. Ihr habt das Geld der Männer nicht. 10. Ich mag ihn nicht. 10. Ihr seid ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt. Untertitelung des ZDF, 2020